So, hier habe ich Star Trek Continuum Edition. Das ist eine Collector's Edition von Star Trek. Habe ich auch noch nicht aufgemacht. Werde ich jetzt tun. Das ist natürlich Monopoly, habe ich vergessen zu sagen, aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Kann ich mich jetzt auch gerade nicht entsinnen, ob ich es gesagt habe oder nicht. So, dann wollen wir es mal aufmachen. Oh, ich liebe Star Trek. Six Collectible Puta Tokens. Puta, was ist denn Puta? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier. Ich habe sie mir damals in England bestellt. More Great Games. Was haben wir denn da schönes? Monopoly Fallout, Game of Thrones Monopoly. Es gibt von allen Monopoly Edition. Welche Edition? Winning Moves ist natürlich richtig, richtig cool. So, die Anleitung brauchen wir nicht, außer für die Spezialregeln. Aber, naja. So. Dann haben wir hier, ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Monopoly Freak, um ehrlich zu sein. Aber da es von Star Trek ist, musste ich mir diese Edition kaufen. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen, oder auch nicht. So, das ist natürlich ziemlich gut gemacht. Also, ja, das wird, das gefällt mir. Das Spielbrett ist wirklich okay. Da kann man so sagen. Jetzt habe ich es auch verkehrt rum zusammengeklappt. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie ich es zusammen zu klappen habe. So, fertig. Dann haben wir hier eine Karte. Warum habe ich diese Karte dabei? Ich weiß es nicht so genau. Ah, hier haben wir die Pua Choppens. Oder wie soll sie heißen? Im Endeffekt, keine Ahnung, warum das Dammeltrocken sind. Weil eigentlich braucht man die ja eh zum Spielen. Hier hätten wir schon mal einen Phaser, ein, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. So, ich bin jetzt, das weiß ich nicht. Dann hätten wir hier einen Shuttle einmal. Bam, Junge. Dann hätten wir hier den Captain's Chair. Oh Gott, sie sind so klein. Dann hätten wir hier ein, boah, fuck off. Ein Kommunikator. Und hier haben wir eine, ich weiß es nicht, was soll es sein? Eine Harfe? Klärt mich auch, was es ist. Ist es eine Harfe? Äh, ich weiß es nicht. So, hier hätten wir dann, äh, One Star Trek. Keine Ahnung, One Star Trek was? Dollar? Hier haben wir wieder Häuser und Häuser in verschiedenen Farben. Könnten sie ruhig Raumschiffe oder Raumstation machen, aber das machen sie ja irgendwie nie. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Warum man das bei Häusern belässt. Und das dann einfach nur umbenennen. Ähm, ja, hier sind die Rules. Gut, ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen, was so der Inhalt von dem Spiel ist. Äh, sieht ziemlich cool aus. Wird bei mir in den Schrank wandern und da wahrscheinlich wieder ein bisschen Staub ansetzen. Aber, wenigstens habt ihr das gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Na, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.